Hi und herzlich willkommen bei Barfisch. Mein Name ist Andrea Caliga und wir mixen heute Sweet Maria. Etwas deftigerer Drink mit ein bisschen mehr Sahne, 4cl, 3cl vom Wodka und 3cl vom Amaretto. Ich habe schon das Glas vorbereitet mit ein paar Eiswürfeln und das Glas, wo der Cocktail nachher reinkommt, ist auch schon vorgekühlt. Wir fangen an mit dem Wodka 3cl. Dann 3cl vom Amaretto und 4cl von 30 prozentiger Schlagsahne habe ich schon vorbereitet, kommt auch mit dazu, 4cl. Und dann das ganze richtig kräftig schütteln, shaken, weil das muss ich auch mit verbinden. So, dann wird das ganze wieder entfernt aus dem Glanz und mit dem Strainer abgeseiht. Schmeckt super lecker, empfehle ich wirklich mal auszuprobieren. Und das ist mega einfach. Lasst es euch schmecken. Machen wir so noch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Ciao.